Hallo liebe Freunde, hier ist mal wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Ähm, wieder in der Kriegsimmschlucht aka Warsong. Und, äh, muss ich? Ich muss gehen. Bis gleich. So, wieder da. Ja, die Aufnahmesession hat heute mal früh angefangen, aber es ändert nichts. Ich darf trotzdem gähnen. Gut, ich bin ja auch nicht so einer. Ich rede ja auch nicht den ganzen Tag. Von daher ist das wahrscheinlich, äh, ja, die Gewohnheit. Wenn ich jetzt eine Wahl im TS wäre, dann wäre das am Anfang so und später dann nicht mehr. Ach, keine Ahnung. So ist halt manchmal. So ist man halt, ne? Ihr findet das wahrscheinlich lustig. Ich mittlerweile irgendwie auch. Ist ja so ein Running Gag. Hat sich ja so entwickelt. Äh, hat sich was im Vergleich zum letzten Mal geändert? Äh, nein, hat sich nicht. Das ist weiterhin so. Ich bin ja noch am überlegen, ob ich den vielleicht doch mal austauschen sollte, aber irgendwie weiß ich nicht. Also durch die Glühwe hier mit dem Schaden. Es rettet mir einfach den Arsch irgendwo irgendwie. Weiß halt irgendwie nicht. Oh, ihr Protperli. Ein Highlighter. Nehmen wir den mal. Gleich ins Fokus. Ähm, ja, ich hoffe, dass der noch buff der Droide hier. Sonst baufe ich gleich. Ne, wir haben ja schon hier den Buff. Okay, ich hab nichts zu sagen. Wobei, ihr könnt trotzdem bauen. Wir haben mal einen zusätzlich. Ach, weißt du was? Komm, ich tausche den mal aus. Ja, doch tausche ich aus. Ah, ist der Buff. Geht doch. Alles eine Frage der Erziehung. Wie im Leben auch. Es gibt ja viele Eltern, die können das nicht. Die geben wir in Runde 1 schon auf. Wenn das Kind erst mal sagt, nein, dann ist der Fall für die erledigt. Vielen Dank, Herr Pispers. Ach, irgendwann sehe ich den Mann mal live. Irgendwann sehe ich den Mann mal live. Wenn er mal wieder hier ist. So, schauen wir doch mal. Wahrscheinlich gibt es gleich einen Zerg. Das sind alles englische Server. Das ist mal groß. Nö, so nix groß. Erkennen wir, dass die zusammenspielen? Also, grobentechnisch. Hm, die gehen alle aus dem Weg. Der ist gesprintet durch. Können wir doch mal einfach quer rüber gehen. Zu dem da zum Beispiel. Und greifen wir den so ein. Wer beschießt mich da? Das ist mal an hier. Da kriegst du mal was. Was haben wir denn drauf? Was haben wir denn jetzt? Deterrence? Nein, kein Deterrence. Schön, danke für die Heilung. Für den Sub-Ort. Achso, das ist mal ein Schattenfreund. Die haben keine Flagge. Das ist ein Red. Dann gehen wir mal auf den. Der hält nämlich am wenigsten aus. Mal ehstern. Können wir gleich finishen. Wuppalapapa. Ich meine, da hat mich einer erkannt. Auch schön. Komm her, Berlin. Dann brauchen wir nicht Cali. Oder aus. Also, das ist ein. Killing Spree. Weil kriegst du nie hin. Bäm. So, klar. Zack. Da geht er down. Nicht nur Atom-Heil. Bäm. Was waren über 200? Und natürlich über 9000. Silence done. Gegenheil. Das ist ein schöner Match, ich kann nicht mal ballern, aber kommt dem ja zu nichts. Oh Moment, zack, inline. Ja, was hat der... Ah, der hat die... Okay, der hat die... Hat der sich jetzt zweimal geblinkt? Ist natürlich praktisch, aber dann kann man mich unsinnig fühlen. Ich habe alles gegen geheilt. Boah, okay, wir haben kein Equip. Ist so blöd. Das ist blöd. Das ist bescheiden. So, da. Oh, wo geht man denn jetzt hin? Ah, da hat jemand die Flagge... Oh Gott, ich habe es schon gesehen. Wo sind wir jetzt? Wo ist denn erstmal hier? Wo ist denn erstmal hier? Wo können wir hinterher? Na? Wo? Und... Er hat doch nicht weggesniped. Nein! Meiner, 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 meiner! Gottlike! Gottlike! Genau, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Da oben ist er. Hoppla. Da rechts. Wie ist der? Ah ne, das ist... Das lustige ist er macht keinen Schaden damit. Er stirbt allerdings auch nicht. Ich muss mal fairerweise sagen. Gut, wenn man geheilt wird, dann würde ich auch nicht sterben. Weil er selber halt so nix. Weil, ne? No heal. No gain, no pain. Targeter down. Was ich kann? Plop. 199, 90. Oh! Die 90 healet man auch noch haben können. Gibt die jetzt ab oder nicht? Bäm. Einmal nochmal plopp. Dübdubdubdubdubdubdub. Was gehen wir denn jetzt hin? Hupalala, hab ich ja richtig auch schon gemacht. Ach, Mist. Jetzt hätte ich ja... Ach. Alter Schöne. Weibliche Draenei. Sehen eigentlich auch schick aus. Und dann wende ich da drinnen ein. Mackele ist etwas buttigere. Wobei, gut. Ursprünglich komme ich ja von der Ali-Seite. Ich habe ja ursprünglich Mensch gespielt. Mensch Paladin. Ging ja am Anfang nur. Und dann hat es später auf Hordenseite gewechselt. Und dann konnte ich halt nur eine Blut-Elfen spielen. Und die sind halt die. Nein, das wird so nicht viel zu nehmen, mein Freund. So, stirb einfach. Bäm. Oh, wie lächerlich. Oh, wie lächerlich. Ich habe schon besser gestunnt. Massacre. Double Kill. Ich habe schon mal geholt. Alter, die haben wir... Nee, da hat er einen Kill. Boah, was hat denn die da so abbekommen? 60k. Also, so Luffy sollte das eigentlich nicht sein. Aber gut, okay. Ich nehme es mit. Wie ist das mal mit Stun ab? Wir nehmen das Licht. Da können wir raus. Oder das um die Ohren. Das hauen wir dir um die Ohren. Massacre. Nachwaffen. Neun Stacks. Ach, die habe ich ja immer noch nicht abgegeben. Jetzt... Ah, da ist er doch. CD ist ja mal bereit. Was hat der bei sich? Nein, Mob. Überleg dir das gut, mein Freund. Mit neuen Stacks kommen wir nicht mal ganz schnell weg. Was sag ich doch. Na? Bäm. Ne, haben wir nicht geweckt. Ja, aber das mit dem Heal, weil ich ja so viel Vielseitigkeit habe. Das sind so Kleinigkeiten, die merkt man dann doch irgendwo schon. Und was sagt dem jetzt hier? 47.000er Heal. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die Zahl reduziert ist. Oh, schon wieder. Ah, halt. Ne. Ah, der ist safe. Ich mache es dann. Freedom. Heilen. Oh, 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 oh. Nö, 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 Mädels. Nö, nö, nö. 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 Nö, nur alle auf einen Stahl habe ich keinen Voxer reden. Aus dem kannst du nix. Oh, 77K! Heilige Scheiße. Oh, Hunter nervt die Leute doch nicht. Der ist jetzt nicht ernsthaft zurückgesprungen, wenn er... Na gut, das stimmt ja jetzt. Und nen Schurken aufgedeckt, ja! Halleluja! Geil! Pfuh, mein Volk, puh! Du spitz wohl, dann gehen wir sofort raus. Ja, das ist natürlich blöd, wenn wir aus der Smoke rausläufen. Hahahaha! Ich glaub, die haben die... die hilft kein... Die hilft kein Equip. Also ich denke mal, mein Pock... also ein Pocket Healer ungefähr hab ich. Zumindest... ja. Na, stirb. Mein Druid ist dann... Buff vorher? Massacre! Leg mich! Was ist das drauf? Na, ist dann... Frisch-Proven-Hunter ist immer fies! Ah! Was ist das drauf? Na, ist dann... Frisch-Proven-Hunter ist immer fies! Nicht halt... nicht geil! Hätte ich jetzt vorher noch mal WoG rausgedrückt. Gehen wir nicht auf die Eier. Ah, dann halt doch! Guck mal her. Steht sie wieder gleich. Ah ne, wir können den Schurken töten. Massacre! Hahahaha! 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 Ne, der hat keinen Geh, der hat keinen Geh. Massacre! Double Kill! Der hat auch... sie haben alle keinen Geh. Dann ist echt kein Wunder, dass man so Zahlen raushaut. Massacre! Multikill! So, jetzt ist er den Stun. Und jetzt ist der... Hat dann letzte Stunde geschlagen. Letztendlich war der Typ gar nicht bezüglich. Reine Verschwindung. Aber gut, das sind so Dinge, die haben sich mit Legion erledigt, weil ähm... Legion-Tanks nicht da... sind doch äh... mehr können, also... Beziehungsweise haben andere Vorteile irgendwo. Im Moment ist es da so... Oh, 22-0! Boah, heiliger Scheiße! Heiliger Scheiße! Ähm, was soll ich sagen? Ah ja, Tanks im, äh... In der Alpha ist da so, die machen halt viel Schaden, überleben viel, können sich ständig hochheilen. Also sterben eigentlich nicht, nicht wirklich. Außer sie machen irgendwelche groben Fehler. Ähm, aber gut, das sind alles Dinge, die gefixt werden. Denn wahrscheinlich, wenn ihr das Video jetzt seht, ähm, dann ist das wahrscheinlich soweit schon behoben und balanced. So im Wochenrhythmus kommen ja aktuell neue Builds raus für die Alpha und da werden viele Sachen geändert. Und Holinka, äh, Brian Holinka, der äh, 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 im Forum heißt, äh, Deswin, ähm, der hat ja schon dazu mehrere Statements abgegeben. Und, äh, passiert auch nur ein... wahrscheinlich nur einiges. Ist wahrscheinlich schon passiert, wenn ihr das Video schaut. Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn was sein sollte. Ab damit in die Kommentare oder auf Twitter und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! 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 Vielen Dank.